Wir wollen einen Fortschritt für eine gerechte Welt und dieser globalen Verantwortung auch gerecht werden. Das gilt zum Beispiel für den Klimaschutz. Wir haben uns deshalb hier unterhalten über die Frage eines Klimaclubs, den ich schon lange vorgeschlagen habe. Und ich freue mich deshalb, dass wir uns hier in Elmau darauf verständigt haben, einen solchen Klimaclub nun bis Ende dieses Jahres zu gründen. Wir haben das Fundament dafür gelegt, die tragenden Säulen definiert und die nächsten Schritte vereinbart. Denn wir sind uns einig, wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Ambition, um unsere Klimaziele zu erreichen. Mit dem Klimaclub tragen wir dazu bei, dass wir diese Verpflichtung auch einhalten können. Und wir wollen dabei auch erreichen, dass wir, wenn wir unsere nationalen Strategien entwickeln, um CO2-neutrale Industrien zu etablieren und sie durchzusetzen, dass wir dann nicht gegeneinander arbeiten und uns voneinander abschotten, sondern dass wir zusammenarbeiten. Genau das ist das, was ein solcher offener Klimaclub ermöglichen soll. Er soll erreichen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten und dass der Klimaschutz ein Wettbewerbsvorteil wird und kein Nachteil ist. Das gilt natürlich ganz besonders für die Energiewende, die wir nur hinbekommen können, wenn auch die Schwellen- und Entwicklungsländer dabei sein können. Und deshalb wollen wir auch die Grundlagen dafür legen, dass diese Länder das auch tatsächlich können.